Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Wochencheckup. Entschuldigung schon mal für die Stimme und wenn ich eventuell während dem Video mal kurz eklige Geräusche von mir gebe, weil ich erkältet bin und ja es kommt aber trotzdem das Wochencheckup. Tatsächlich lustigerweise, weil sonst habe ich es ja schon oft ausfallen lassen, wenn einfach mal gar nichts passiert ist oder so. Aber ja, ich habe gerade Zeit und da dachte ich mir, na scheiß drauf. Naja und so schlecht geht es mir gar nicht. Solange es nicht noch schlechter wird, passt es eigentlich. Genau. Ja, was ist so passiert? Das größte, heftigste, was passiert ist, wird wohl hier sein. Wir haben unsere Runen von letzter Woche, hatte ich ja glaube ich 2.000, wir haben jetzt 87.000. Ich habe nicht reingecasht, beziehungsweise nicht reingecasht, sondern ich habe keine Pilze benutzt und ja auch sonst irgendwie nicht mich irgendwie hochgeboostet, sondern habe wirklich ja einfach nur ganz normales gemacht und ging ziemlich gut. Also wie ich es gesagt habe, ab dieser 2000er Marke ging es schneller. Dann habe ich am nächsten Tag schon 2.000 bekommen, also das doppelte, also das gleiche von dem, was ich jetzt hatte. Dann nächste Nacht waren es 9.000, dann 15.000 und so weiter und so fort. Jetzt sind wir bei 87.000. Ich habe es vorhin jetzt extra fürs Video nochmal resetet und jetzt ist es halt wirklich so, du wartest kurz 2 Minuten und dann hast du hier alles schon wieder auf 200 Millionen, alle 6 Minuten und dann kannst du eigentlich schon wieder AFK gehen und dann schaust du alle 20 Minuten nochmal rein und dann kannst du wieder resetten, quasi nach ein paar Stunden. Genau. Ja, das ist so das Größte, was passiert ist. Dann danke noch für den Tipp mit dem Stummschalten der Website im Google Chrome. Das ist echt geil. Ja, also ich meine, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es das gibt, weil naja, wo zum Teufel, also du bist ja nicht auf der Website, die du trotzdem laufen lassen willst, die Geräusche von sich kippen, die du stummschalten willst, weil du kannst ja immer überall eigentlich den Sound einfach deaktivieren bei irgendwelchen Browser Games und so. Aber tatsächlich, das mit der Wärmung ist echt geil. Da kannst du das einfach stumm schalten, dann läuft das im Hintergrund und wenn du das nächste Mal wieder auf den Tab gehst, hast du die Lucky Coins verdient. Also echt ein guter Tipp, danke dafür. Wusste ich nicht. Das macht wahrscheinlich jeder so, aber ich wusste das nicht, ja. Damn, hätte ich jahrelang schon Lucky Coins farmen können. Genau, sind wir schon die ersten beiden noch 250 und haben gerade erst angefangen. Das ist halt crazy. Genau. Dann eine Sache, die ich mir überlegt habe, ich weiß halt nicht, da bin ich mir echt unsicher. Ich weiß auch nicht, ob da eure Meinung so ausschlaggebend wäre, weil es echt ein schwieriges Thema ist. Und zwar geht es darum, ob ich meinen Krieger noch weiterspiele. Weil ich bin mir da am überlegen, irgendwie ist es halt schon sinnlos, weil ich meine im Endeffekt, ich sage es ja so gerne in Videos meistens. Ja, beim Krieger, aber der ist ja eh nicht so wichtig oder der ist eh nur zweitrangig und so und bla. Und ich habe neulich festgestellt, eigentlich wollte ich ja bei dem, das habe ich vor Ewigkeiten mal gesagt, eigentlich wollte ich bei dem ja die Dungeons zu langsam aufholen, vor allem die schwachen Dungeons, die eh uninteressant ist, sind. Das habe ich nie gemacht. Also bei Hemoridor oder wie auch immer das heißt, bin ich bei Etage 4. Also das habe ich gesagt, dann habe ich zweit Anschluss gemacht und dann fünf Monate keinen mehr gefühlt. Also gut, ich meine, ich habe es einfach vergessen. Ich meine, das kann mal passieren. Aber ich meine, so unwichtig ist er mir halt eigentlich. Und ich weiß auch nicht, ob es dann so viel Sinn macht, da noch Zeit reinzustecken, weil es nervt mich auch immer hier, das hier immer doppelt zu machen. Das nervt so hart. Ich meine, gut, das ist nur der Arena Manager. Ist definitiv nicht das wichtigste Update oder nicht das wichtigste Feature. Aber es nervt einfach, wenn du hier resettest und dann denkst du dir, ah, okay, jetzt muss ich kurz warten. Ah nein, jetzt muss ich noch hier resetten. Dann muss ich hier warten. Dann klickst du doppelt. Das ist immer dieses doppelte Zeitinvestment. Das geht einem schon ein bisschen auf die Nerven, muss ich sagen. Deswegen weiß ich nicht, wie steht ihr dazu? Wollt ihr den Krieger weitersehen wollen? Aber ich meine, im Endeffekt sieht man von dem her eigentlich eh nichts. Ja, ich bin schuldig, war es. Verdammt, ich sollte keine Kämpfe machen mit dem Gold Equip. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe jetzt ein Gold Equip. Man sieht ja schon mal in meinem Momentar sind einige hochrangige Epics, auch mit Edelsteinen. Und ja, ich habe jetzt ein vorläufiges, das ist aber Garbage, das ist richtig schlecht, Gold Equip. Ich habe jetzt hier Gold Gowns mit 2%, Ring mit 2%, Gürtel mit 2% und eine Kette mit 2%. Die Kette hatte ich beim letzten Mal schon, beim Gold Event. Die anderen drei sind jetzt neu dazugekommen. Eins habe ich gekauft für 4,8 Millionen und die anderen habe ich gefunden, die anderen beiden. Genau. Hier habe ich noch epische Gegenstände finden, bloß 3 Chance, ich weiß nicht. Das Ding ist halt, das mit dem Equip, ich merke jetzt schon die negativen Punkte, wobei man die zum größten Teil noch ausgleichen kann, die das mit sich bringt. Wenn man so einen Gold Equip hat, man kann halt nicht einfach in der Arena kämpfen, man hat es gerade gesehen, gegen jemanden, gegen den ich eigentlich haushoch gewinnen sollte. Verlieren ist natürlich immer möglich. Aber habe ich halt haushoch verloren, einfach weil ich halt meine Epics nicht trage und jedes Mal für einen Arena Kampf reinzuswitchen und wieder rauszuswitchen, sodass wir dieses Zeitinvestment so riesig. Es ist ja wieder die Frage, ob sich das so sehr lohnt. Und ich meine, dass es jetzt schon bei 4 Items nervig spielt, da wird es noch nerviger. Vor allem wird diese 4 Items eigentlich kaum mehr Gold bringen. Also wenn eine Quest standardmäßig 500.000 gibt, dann gibt es halt 8% mehr. Dann gibt es halt nochmal, keine Ahnung, 40.000 extra. Ja, schön und gut, aber es ist halt quasi nichts. Vor allem, wenn du dann einmal so einen Kampf vergisst, verlierst du 200.000, dann ist das Geld, dass du davor gewonnen hast, wieder weg. Ja, ist jetzt die Frage, ob sich das so sehr lohnt momentan. Ich mache es jetzt trotzdem, dass ich es benutze. Und die Arena Kämpfe habe ich mir vorgenommen. Die mache ich einfach immer vorher vielleicht ein. Also ich switche es rein. Der Seekwip macht da einen Kampf. Am Ende auf jeden Fall einen, weil 10 schaffe ich eh unter der Woche nicht immer. Dann mache ich meistens nur so 5 oder 6. Genau, dass ich da dann zumindest noch so ein paar Kämpfe komme und mir dann trotzdem eher das Gold gönne. Und dann sonst merkt man einfach, dass ich da keine Arena Kämpfe mache, während ich das trage. hier. Genau. Gut, dann switchen wir zurück. Wir sind bei 93,8 Millionen Leben, noch weit entfernt von unserer 100 Millionen. Und wir machen einen Wildwind-Gegner. Sehr schön. Und das ganze Kommando zurück. Zack, zack, zack. Ups. Zack. Ach komm, falscher Platz, Mann. Genau. Gut, aber so ist quasi mein Plan. Also ich will auf jeden Fall ein komplettes Gold-Equipment haben. Und meine Epics will ich am besten dann verzaubert haben. Also ich will quasi extraiten mit Gold-Bonus. Und meine Epics wären natürlich am schönsten, wenn die, wobei das natürlich ewig dauern wird, wenn die Lebensenergie plus 1 hätten. Äh, nicht plus 1 halt. Also dann den maximalen Bonus irgendwann. Lebensenergie oder, ja ich weiß gar nicht, vielleicht sogar Attribute von Items, gefundene Items, plus 1 oder sowas. Oder vielleicht doch ein Epics mit Epic-Fin-Chance. Wäre eine nice Ironie. Ja, muss man dann gucken. Aber ich will auf jeden Fall dieses Gold-Equipment, genau Qualität von Gegenständen heißt es. Das Gold-Equipment würde ich gern extra haben. Weil dann könnte man halt mit den Epics irgendwas, was einem mehr bringt. Oder halt das mit den Epics. Aber, ähm, das mit der Fin-Chance. Aber das mit dem Gold wäre extra. Und eigentlich wäre es am klügsten, dann Lebensenergie zu nehmen. Weil wenn du Lebensenergie neunmal plus... Ich spekuliere jetzt einfach mal, zehn Prozent ist das höchste von allem. Neunmal zehn Prozent, das ist 90 Prozent, das wäre das doppelte Grundleben. Das ist einfach mal oben drauf gekommen. Das wäre ziemlich heftig, weil wenn du 50 Millionen Grundleben hast... Achso, das steht nicht so da, ne? Ja. Ja, okay, steht jetzt so nicht da, wie viel Grundleben ich habe. Aber ich schätze jetzt einfach mal so 40 Millionen vielleicht. Äh, na gut, vielleicht wahrscheinlich weniger. 30 Millionen, sagen wir mal. Hätte ich einfach 60 Millionen. Und gut, kommt auch darauf an, wie sich das mit den Trinken und so jetzt wirklich verrechnet, ob es wirklich das Grundleben ist. Aber so oder so hätte ich auf jeden Fall mindestens 30 Millionen mehr leben. Äh, und das ist halt schon heftig. Also, das ist schon ziemlich krass. Genau. Schaden gibt's ja, glaube ich, nicht, ne? Ähm, genau. So, können wir 30, 20 mal drehen? Weil so oft drehen macht gar keinen Sinn, weil... Wir finden halt schon vier Prozent Sachen, aber nichts mit Goldfind. Ähm, warum es nicht so viel Sinn macht zu drehen? Einfach hier, weil unser Inventar recht voll ist, aber es stimmt gar nicht. Das geht eigentlich. Ach, ich kann ihn nicht mehr drehen. Was, das waren 20? Holy moly. Alright. Na gut. Ja, aber dann wäre das halt das neue Wochencheck. Aber dann wären wir jetzt quasi schon fertig. Ich meine gut, okay, oft können wir deutlich mehr zeigen. Wenn Goldevent ist, spiele ich meine Alu im Video. Äh, wenn Epic Event ist, blättern wir ein bisschen nach Trinken. Gut, okay, stimmt natürlich so auch nicht. Das heißt, es wird natürlich schon ein bisschen länger gehen, wenn wir länger keine Dungeons mehr geschafft haben oder irgendwie ein fettes Upgrade haben, wie zum Beispiel Mine endlich mal auf Stufe 20 dann und meine Begleiter wieder verbessert. Hätte auch mit neuen Epics irgendwann vielleicht mal da und man wirklich eine Chance hätte, einige Dungeons zu klären, damit wir sowas wiederkommen. Ja, aber ich weiß ja nicht, also ich weiß. Der Krieger, ich weiß nicht. Jetzt ist es halt wieder so ärgerlich, wenn du jetzt überlegst, wenn du jetzt halt mit dem aufhörst, dann war halt das letzte halbe Jahr wieder eigentlich voll für den Arsch. Andererseits, wenn du es jetzt ein halbes Jahr noch länger so machst und dann aufhörst, ist es halt noch ärgerlicher. Ich weiß nicht. Aber keine Ahnung, ich meine, wie relevant ist der Krieger für die Videos? Ich klicke immer noch kurz durch und dann war es eigentlich eh. Das ist halt so die Frage, die ich mir stelle. Tja. Mal ganz davon abgesehen, dass die Videos hier keiner schaut. Was? Was? Oh! Kapo! Einmal nur ein Scherz. Ähm, genau. Aber ja, das muss ich mal gucken. Auf jeden Fall die Grundidee habt ihr, glaube ich, verstanden, oder? Also ich bin auf jeden Fall Fan von diesem Gold-Suche-Equipment. Das will ich mir auf jeden Fall schnellstmöglich aneignen. Natürlich noch verbessern, weil 2% ist natürlich extrem schlecht. Man sieht es, ich kann jetzt hier schon 4% finden. 3% hätte ich gestern schon finden können. Aber natürlich, wie gesagt, ich finde nichts mit Gold. Also das ist richtig ärgerlich. Und wisst ihr, was ich mich by the way frage? Shakespeare ist doch aus Deutschland, ne? Also von Deutschen, also die, die Shakespeare gezeichnet haben, sind ja eh Deutsche, die es erfunden haben. Aber ich meine, das Spiel an sich ist ja auch aus Deutschland, ne? Warum kommt nach Millionen Billionen? Haben die vergessen, dass es Milliarden gibt? Oder bin ich retarded? Also weil, ich meine, ich weiß schon im Englischen, im Englischen gibt es keine Milliarden, der kommt nach Millionen Billionen. Aber, keine Ahnung, man. Das ist halt, kommt man sich halt jedes Mal richtig bescheuert vor. Ich denke mir, jedes Mal bin ich zu blöd oder so. Weil nach Millionen kommt doch gar nicht Billionen. Das ist, keine Ahnung. Liegt vielleicht an mir, ich weiß es nicht. Mich triggert es auf jeden Fall ein kleines bisschen. Oder was heißt, es triggert mich? Es stört mich einfach, weil es einfach dumm ist, weil es halt einfach nicht so ist. Aber naja, fucking Amerikaner halt. Wobei, in dem Fall ist es in England, glaube ich, genauso. Beziehungsweise Großbritannien. Wobei, die sind ja sowieso. Vollidio. Kappa. Genau. Hier haben wir ein Epic, genau. Beim Krieger. Ach, wenn ich schon sehe. Ich weiß ja nicht. Spielen wir hier weiter, spielen wir hier nicht weiter? Ich habe keine Ahnung. Kannst vergessen. Mach der Gewohnheit. Moment mal. Achso, ich habe schon eine Quest angenommen. Genau. Hier läuft es auch viel besser mit den Dingern, mit den Runen beim Arena Manager. Genau, jetzt haben wir auch schon 26.000. Da allein sieht man es schon. Also hier ist 20, da ist es öfter auch tatsächlich mal länger offen, obwohl ich das eigentlich nicht so gern habe, weil ich immer nicht will, dass Shakespeare zu viel Zeit von meinem Tag einnimmt. Und wenn ich es immer offen habe, schaue ich halt immer wieder nach und dann kostet es nämlich immer wieder 10, 20 Sekunden. Und wenn du es ein paar Stunden offen hast, vor allem am Wochenende oder so, dann summiert sich das halt locker mal auf eine halbe, dreiviertel Stunde extra zu dem, dass du dann Alu spielst. Und da habe ich ehrlich gesagt keine so große Lust drauf. Weil ich halt gesagt habe, Shakespeare ist für mich in Anführungszeichen nur ein Nebenspiel, ein Browser-Game, wie es halt im klassischen Sinne eigentlich auch ist. Ja, das läuft nebenbei, spielt sich größtenteils von alleine und man gibt quasi nur noch die Kommandos. Aber wenn ich die ganze Zeit reingucke, dann gebe ich nicht die Kommandos, sondern sagt das Spiel, hey, du musst wieder reingucken. Und darauf habe ich eben keine Lust. Und habe ich jetzt aber trotzdem ein bisschen gemacht, einfach um hier weiterzukommen, um zu flexen fürs Video. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die haben 70 Quadrillionen Rudern oder so. Aber S25 habe ich dann immer trotzdem schon geschlossen. Also für S20 habe ich es gemacht, ausnahmsweise, aber für S25 habe ich es nicht gemacht. Ja, genau. Ja, aber das ist halt wie gesagt die Frage. Also, ich meine, grundsätzlich ist es eigentlich egal, weil ich meine, man kann das hier wirklich auf ein Minimum reduzieren. Mal guckt hier einmal am Tag rein. Macht hier einmal kurz alles, so gesehen. Und, ähm, ups. Ja, alles, was darüber hinausgeht, über dieses einmal kurz reingucken, maximal 5 Minuten. Das passiert dann einfach nicht. Aber wie gesagt, ist ja die Frage, ob das dann so sinnvoll ist. Vor allem der Arena-Manager ist halt richtig retarded, weil da musst du halt schon echt am Tag ein paar Mal reingucken. Ähm, eigentlich musstest du am Tag jetzt auch ab einem gewissen Ding, müsstest du am Tag wahrscheinlich auch ein paar Mal resetten. Mach ich jetzt nicht. Ich resette es am Tag maximal. Mal zweimal eigentlich. Wenn ich viel Zeit habe, zweimal. Wenn ich wenig Zeit habe, einmal oder sogar keinmal. Ähm, genau. Und, ja, da wird man hier auf jeden Fall nicht vorankommen. Wenn ich so schon wenig in den Account überhaupt reingucke, dann wird es dem Arena-Manager auf jeden Fall nicht vorangehen. Ist halt schwierig, ne? Schwieriges Thema. Mal. Vielleicht kommt es mir auch nur so schwierig vor, weil ich krank bin, aber... Ich will das tote Gewebe abstoßen, um endlich wieder gesund zu werden. Und, ja, eine kleine... Sagt man... Ich habe keine Ahnung, wie man sagt. Halt einfach dann mal, Chris. Danke. Nein, gibt es irgendwie eine Redewendung, aber keine Ahnung, wie die geht. Na gut. Aber, ja, dann war es das eh schon wieder. Das ist halt, ja... Was soll man dazu sagen? Genau. Ähm... Ja, aber auf jeden Fall auf S20. Wir sind übrigens auf Stufe 428. Ich weiß gar nicht, ob ich ein oder zwei Level diese Woche geschafft habe. Ich glaube nur eins. Ähm... Geht auf jeden Fall gut voran, muss man sagen. Ähm... Die neue Gilde hilft extrem. Also jeden Tag, dass die Quest, die den Auftrag erledigen, gibt es einfach 7 Millionen mehr Erfahrung. Das ist schon mal ziemlich heftig. Auf 7 Tage die Woche. 7 mal 7 Millionen. Mehr als vorher. Da hatten wir immer echt nur die einköpfige Hydra, maximal die zweiköpfige. Äh... Sind schon 50 Millionen Erfahrung pro Woche. Also ich meine, das merkt man schon. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie 5 Level mehr schaffe oder so im Monat. Aber man merkt es auf jeden Fall schon, dass es schneller geht. Und ja, auch ansonsten ist es einfach... Weiß nicht. Der Change war auf jeden Fall bis jetzt noch auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Mal gucken, ob es mit der Aktivität bei mir so bleibt. Aber... Ja, momentan macht es eigentlich schon... Wait. Ach so, ich konnte nichts mehr zerlegen. Na genau. Schon Bock. Und ja. Was natürlich hier bei den Items noch von Vorteil wäre, wäre natürlich einerseits, wenn sie die richtigen Attribute haben. Momentan sind es nur die Kette und der Gürtel. Und am besten halt noch Sockel und man einfach zumindest Geschicksteine hereintut oder so. Auch um die Arena-Kämpfe, um nicht unbedingt immer switchen zu müssen, dass man sich halt einfach Gegner sucht, wo man weiß, okay, gegen die kann ich auch ohne Apex gewinnen. Das wäre an sich nicht das Problem. Mein Problem ist aber dabei, dass ich ja momentan die Mine ausbaue. Und die ist halt auch erst Stufe 17. Das ist halt... Ach. Das dauert noch mal einen Monat. Also ich werde jetzt erst am Anfang Dezember, werde ich erst die Mine auf Stufe 20 haben. Erst dann kriege ich wieder Edelsteine. Das ist halt noch so ein fucking langer Zeitraum. Das wird halt richtig kacke. Vor allem, ein großes Problem ist auch in den Dungeons, weil wir haben es ja hier gesehen, da geht jetzt halt nichts mehr. Also da können auch drei Gold-Events kommen, dann schaffen wir den Typen immer noch nicht. Das ist... Vor allem Gold-Event bringt mir gar nichts, weil ich da nur auf Ausdauer gehe. Also gegen den Gegner bringt mir Ausdauer eh nichts. Oder nicht sehr viel. Von dem her, ja, ist es eh schwierig. Sag ich mal, was ist das eigentlich? Puh. Jetzt hätte ich schon zwei Items noch mit Epic-Fin-Chance. Interessant. Entschuldigung übrigens. Naja. Machen wir noch einen Pet-Kampf. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ähm, genau. Mehr gibt es nicht zu sagen. Können auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt. Krieger weiterlaufen lassen oder nicht. Ich würde es jetzt dann aber wirklich auf ein absolutes Minimum beschränken. Das heißt, Arena-Manager schaue ich eigentlich auch noch einmal am Tag so wirklich rein. Lucky Coins habt ihr gesehen, mache ich eigentlich ziemlich aktiv bei beiden. Da muss ich aber sagen, naja gut, man entscheidet beide stumm. Und naja, bei der Quest sieht man ja... Also man muss ja nur eine Quest annehmen und dann kommt die Flimmerkiste automatisch. Ich meine, das ist ein Klick. Also ich meine, das kann man schon machen. Ihr seht, die kommt ja automatisch die ganze Zeit. Das ist ja kein Mehraufwand. Aber hier mal hier alles verteilen, resetten und bla. Ich meine, das ist natürlich schon ein Mehraufwand. Und wenn du da immer zusätzlich noch 100 Mal klickst beim anderen Chart, dann summiert sich das halt dann schon beide zusammen. Genau. Aber gut, dann würde ich auf jeden Fall sagen, war es das nicht mehr. Danke fürs Zusehen. Macht's kurz rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.